Achtung, pass auf jetzt, jetzt zieht der Limpel wieder durch. Und Launch. Ey, das ist immer wieder geil. Oh mein Gott. Komm, erst halb, erst halb. Alter, jetzt zieht halt einen Meter von meinem Vater und meiner Flöschung her. Ey, ich sprinte jetzt doch so aus meinem Handy. Bruder, jetzt übertreib mal nicht. Halb, ich bin am Abend so geschmackt. Oh, warte. Nimmt auf, ne? Die Nummer 8. Ehrlich, wir müssen auf ihn warten, aber... Bruder, der Limpel wird jetzt richtig schnell, gell? Pass auf, jetzt erst langsam. Und jetzt zieht der durch. Bruder, das wird safe, meine Liebensachterbahn hier. Glaub ich auch. Achtung! Komm Ende weg, hörhcheh! Boah, Alter! Ohhhh 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 Bruder Ohhhh 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 Erdsalm Schade Schade Bruder Schade So bisschen Erdsalm hätte ich mir schon erhofft Wie bei einem Bobsit Coaster oder so Die Bahn fliegt ja nicht schon echt Die drückt schon gut in den Hähnich Was für Schlagen Alter was bist du für eine Pussy Wenn meine Bahn nicht rappelt dann ist sie doch langgeilig Also Ich bin der Schade 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 Vielen Dank.